Das sind die Pickups. Und wir erzählen, aber es gibt viele, die wissen, wie man hier diese Straßen fahren soll. Normalerweise muss man auf uns warten, wo die Straße gerade ist. Wenn nicht gerade ist, in den Kurven, als der Bus ist 12 Meter lang, brauchen wir die ganze Straße. Also, probiere nie mit dem Auto einen marokinischen Bus aufzuhalten. Regel Nummer 1 auf dieser Straße.